Oder Holzschwert genannt. Jack! Einer ist mit... Es ist kein Grad mit ihm, indem wir anders umgehen. Eigentlich wollte ich was anderes machen. Da haben wir schon mal eine Animation von Gung Jack gesehen. Anna, sag mal deinen Namen rückwärts. Anna! Richtig! Ich überlege welchen Kampf ich hier schätzt habe. Ja, genau. Ich hatte noch genügend. Aber ich glaube ich hatte High-Hat-Self-Kampf-Stil. Und habe ich jetzt High-Hat-Self-Kampf-Stil? Ja, jetzt habe ich. High-Hat-Self-Kampf-Stil. Aber wer hat sich davor gehabt? Ich denke, ich bin schon auf mich rauf gelandet. Ja, jetzt habe ich. Ja, jetzt habe ich. Ja, tschüss. Er sollte eigentlich nur ganz normal nach oben gehen, der macht trotzdem eine Rolle. Nein! Jinkasama. Jinkasama. Win. Ich habe das 4-Rang habe. Alter, halt auf, Mann! Ja, wusste ich doch, King. Noll. Alle gute Dinge sind 3. Oh, Nina, kommt doch mal vor, aber das war mir irgendwie klar. Früher oder später wird sie so oder so vorkommen. Ich habe mir auch schon. Oh, Julia! So! So! Und ich hab die Beeren. Oh, ein Perfekter hat er geschossen. Ich hab irgendwas im Auge, auch schön. Ich hab rein. Du hast das Teil jetzt eigentlich draußen. Fühlt sich erstmal so an. Ich hab Ziaos. Ne, doch nicht. Da, krass, das ist auch wie. Äh, Ziaos Animation. Und am Ende nochmal Yoshimitsu. Ich hab's zu. Oh. Ich wusste das. Ich hab's auch am Horn getroffen. Ne, schon die dritte Niederlage mit Mokujin oder was die vierte jetzt? Final Round. Fight. Tja. Dein Endvideo wird auch sehr lustig werden. Hm. Hm, hm, hm. auch schon die Spiele auch Teil 3 Mokuti Wins haha der Arme bin ich. Danke. So. Ich möchte kurz gucken, wo der ist. Ah. Stimmt, Brian hat es von aufergessen. Okay. Die waren nicht nach Reihenfolge gemacht, sondern die sind wirklich bei deren Plätzen. Und hier das da drunter, das ist so heiß. Ich weiß, ich fand die das Endvideo. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Gang Jack oder Anna kam. Ich glaube, Gang Jack kam jetzt und dann Anna. Ich glaube, vorhin hatte ich eine andere Reihenfolge gesagt, aber ich nehme jetzt einfach Gang Jack. Verg er mir nichts anderes oder so. Ich wusste es, dass der Empfehl dabei lacht. Nein! You win! Jinn! Final round! Fight! Oh! You win! Tschüss! Eigentlich müsste er doch gegen die Decke knallen, oder zerstört sie die denn? Was? Ich hab das Herz getreten! Kein Ernst? So, hast du jetzt davon! Du wirst! Final Round! Fight! Oh, die Animation geht langsam auf die Nerven! Final Round! Fight! Stopp! You win! Ja, jetzt kannst du in die Lüfte fliegen. Oh, das heißt, es ist ein Bauer oder es ist ein Bauer? Puri! Hey! Was war das denn?! Das war ja voll Gangnam Style! Opa Gangnam Style! Diese Trafischen sind nicht mehr, Mann! Außer jetzt noch! Nein! Ich! Ich! Ich booste das! Weil er einfach zu lange gebaut hat, nach unten zu kommen. Nein ehrlich, ich habe kurz nicht reagiert. Heute sind wir in der Aufnahme, dass ich zumindest einmal mit jedem Charakter verliere. Also die scheiße Spiele. Ne, außer Prime Computer. Ich glaube, die habe ich gar nicht verloren, oder? So. Schon eine Dreiviertelstunde nehme ich auf. Und her hat Shimishima! Das ist das... Orgroth. Der Finale Kampf. Das ist das... Orgroth. Final Round. Fight! K Gallop! Kalk parap! K Pack! Kack! Kack! Beißig! Kack! Dessert! Kack! 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 Hohoho! Ach, es euch schon aufgefallen, wenn ich gegen Orgro kämpfe, sieht man nur den Boden, wo die Charakteren gerade hin sind, sonst ist der Hintergrund alles schwarz. Wenn ich nachher mit True Orgro spiele, wird es genauso sein, bei allen Karten. Nun, bei Orgro ist der Hintergrund alles schwarz. Klingt ja fast wie mein Ventilator. Sie hat Daten zurückbekommen! Aber von wem? Und wer ist dieses Cure? Ganz einfach! Wenn wir mal... Tekken 2... Äh, Tekken... Ja doch! von Tekken 2, von Jack 2 das End wieder anguckt, dann ist das das kleine Mädchen. Und nachdem ja Dr. Elbe ja Jack 2 getötet hat, erscheint jetzt auch die beiden... ...